Hallo, ich bin Leonie und Studentin am VfL Campus im Bachelorstudiengang und mir gefällt am besten an meinem Studium die Möglichkeit neben des Studiums arbeiten zu gehen, beispielsweise als Praktikantin, was ich auch gerade mache und deshalb nach Stuttgart gezogen bin, um mein Praktikum bei Bosch zu machen und das bietet mir einfach die Möglichkeit schon vor Studienende viele Praxiserfahrungen zu sammeln.